Wenn ich hinten anfange, ist das sehr, sehr, sehr traurig. Wir gehen davon aus, dass Geister sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Wenn das so wäre, gilt das ja für jeden. Aber bei ihm sowieso eine Tragödie, weil schon jetzt in den letzten Wochen, Monaten mit seiner Entzündung, Arthritis und was er schon alles hat. Er lebt den Verein, er lebt die Region, er lebt so vieles und verkörpert so viele Identitäten und das ist ein richtiges Brett. Natürlich müssen wir morgen erst das M&T abwarten und von daher, was interessiert einen das Spiel? Also ganz ehrlich.